So jetzt haben wir wieder drei neue Welten. Ich will nicht in die Disney-Town-Welt. Wir gehen da ja eh nur zu Besuch. So sind ja nur ein paar Minuten. Muss ich dem Ding jetzt ein Rennen fahren oder wie? Und danke für Piping up back there. Ich meine es. Der Name ist Terra. Es ist schön zu treffen, Terra. Was sind Sie, Nuts? Runnen auf den Kursen? Ja, das ist gegen die Regeln. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Reasons haben. Aber ich kann nicht sagen, dass ich auch nicht antworten. Also, Regeln nicht apply, wenn Sie gegen die Unversed sind. Regeln nicht apply? Sie sind einfach wie Pete. Schau, es ist Captain Dark. Disgues in Shadows, der Rogue Racer reigns. Ich bin Captain Dark. Und du musst bist der Typ, der mich verletzt hat einen neuen Rennen. Hold on. How come ich nicht wissen Sie? Was jemand bringt in einen Ringer? Oh, ich bin sogar nicht ein Racer. Es muss ein Rennen sein, um einen Rennen zu verletzieren. Aber wir müssen alle spielen bei den Regeln. Jetzt ein Moment. Du bist kein guter Cheater, der immer die Regeln verletzt. Ich kann nicht sagen, dass die Rennen interessiert mich. Aber ich muss die Unversed verletzieren. Sag mir, was ich muss machen? Wunderschöne, die Schöne sind wie schäu, 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 schäu? Hmm. Hmm. Wir haben nur noch die Schäuze gesehen auf dem Rennen. Das ist es. Tara, du musst einfach in den Rennen. Und während du bist, mach den Captain Dark ein bisschen. Er ist immer die Regeln und schäuert. Ich muss mich ein Rennen? Mhm. Mhm. Ich bin sicher, dass ich nicht sagen. Ich weiß. Ich spiele bei den Regeln. Oh. Yay! Terror wird ein neues Rennen! Komm mal mit mir an, wenn du bereit bist. Ich werde dich verletzieren und alles. Oh Gott. Bereit fürs Micha- Carambolage und Rennen? Wie? So, wer braucht schon Tutorials? So, wer braucht es? 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 Es muss ein Fehler sein. Jeder hat für Captain Justice gewählt. Ich habe sichergestellt. Geh auf, Teller. Nein? Better versuchen den anderen. Der Rogue Racer, Captain Dark. Pete, wir haben die Verteidigte sehr aufgerichtet. Vielleicht, Ventus, Aqua und Terra gewonnen. Oh, Pete, ich denke, du hast versucht, etwas gut zu machen. Aber du hast es für die falsche Worte gemacht. Und du hast es für die falsche Worte gemacht. Still, ein paar Bürgerinnen mussten denken, dass du dir gut in dir hast. Denn du hast wirklich ein paar Verteidigte. Sie wissen, dass du sie für siehst. Big Whoop, ich habe keine Verteidigte. Ich habe nur meine Verteidigte. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you've finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh, I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Wait, wait, what? Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No, no, no. Hey, easy. Ow! 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 Now, shall we continue the ceremony? With the three winners, Ventus, Aqua and Terra, please come up and join me on the stage. Oh, dear. It looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. Oh. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Congratulations! Good for you! What is this? Thanks. And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Rockin' Crunch Ice Cream. Oh, my. I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it. What do you think? Hmm. This is fantastic. Oh, we're all very glad you're enjoying it. Oh, my. Who does she think she is stopping me in a place like this? Well, I'll just bust out of here and... Quiet, fool. You do not possess that kind of power. Who? Who's there? Show yourself! That is enough. Stop your sniveling and heed my words. I'm... okay. If you do exactly as I say, I may decide to release you from this prison. Really? Oh, then you can count on me. Just get me out of here and you can tell me what you do. A very wise choice, indeed. Proceed. Widerstand gegen... Was auch immer. Aber hey... Wir haben gesehen... Kam die Szene jetzt, weil wir mit den anderen beiden gespielt haben? Oder kommt das, weil es wir Terra sind? Also ich denke mal, es kommt auch immer wegen Terra. Interessant. Widerstand gegen... Widerstand gegen...